1958 putschte die Armee unter der Führung des Offiziers Abdelkarim Krasnum gegen den König. Dabei wurden der König und seine Berater brutal ermordet. Die Es hat sich schon seit Jahrzehnten geholfen und hier kommt eine große Flüge, eine große Flüge, eine große Flüge von Emulsions, von allem, die alles cleansed. Thousands von Menschen, thousands von Menschen, die für die Präsenz zu kommen, die Leute aus der Präsenz, die Politiker-Präsenz aus. Ich sah diese Frau, whose Abay hat fallen, und Futa, Futa, das Futa hat fallen, und ihre Gray-Hair war mit einer Knife in ihrer Hand. Und sie hat einen Polizisten. Diese Frau, ohne Futa und Abay, mit einem Knife in ihrer Hand, das ist die Revolution. Das ist die Leute. Das ist nicht etwas, das ist Mythisch oder aus der Welt. Nein, das ist die Leute, und sie sind nach Revenz.